Auch hier in der Heckerlöge der Sparkassen Junior-Tag. Morgen, um hinter Besetzung Eintracht Braunschweig zum Beispiel von Jürgenburg. Die Jürgenskirche von Goldenstück. Auf Wiedersehen! Das war das 1. Zurück in Turst-Bodenteich. Tortschütze, die Nummer 13, Lars Lettau. Die Jürgenskirche von Goldenstück. Die Jürgenskirche von Goldenstück. Die Jürgenskirche von Goldenstück. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.